Bleicherode ist eine Kleinstadt im Landkreis Nordhausen in Thüringen mit etwa 6.000 Einwohnern umgeben von den Bleicheröder Bergen. Zur erfüllenden Gemeindestadt Bleicherode gehören die Gemeinden Erzelsrode, Friedrichstahl, Chemstedt, Kleinbudungen, Kraja, Lipprechterode und Niedergebra. Geografie Der Ort liegt zwischen Harz und Hainleite und ist in die Bleicheröder Berge, einem Teil des Ohmgebirges, eingebettet. Im Norden liegt in geringer Entfernung der Harz im Osten die Goldene Eif. Durch die Kleinstadt fließt die Bleiche ein Zufluss der Bode. Neben der Kernstadt Bleicherode gehören die Ortsteile Erlende und Obergebra zum Stadtgebiet. Geschichte Bereits in vor- und frühgeschichtlicher Zeit war die Umgebung von Bleicherode besiedelt, wovon noch heute Reste von Wallanlagen auf den umgebenden Bergen zeugen. So trägt der Lorenzenberg eine umfangreiche Wallanlage. Funde stammen aus dem frühen bis hohen Mittelalter und der frühen Neuzeit. In diese frühgeschichtliche Anlage wurde im Mittelalter eine kleine Burg gebaut, weil von diesem Standort der Teilkessel zwischen Windleite, Bleicheröder Bergen, Rheinleite und Dünn kontrollierbar war. Der Löwenberg ist der nordöstliche Sporn der Bleicheröder Berge, auf dem die Löwenburg stand. Von dort aus besteht eine weite Sicht in Richtung Oberharz, so dass eine gute Kontrolle des Geländes möglich war. Auf dem Berg fand man urgeschichtliche und mittelalterliche Scherben. Welle, die auf der West- und Südseite das Gelände sicherten, sind noch erhalten. Der Vogelberg ist der am weitesten nach Osten vorgelagerter Berg der Bleicheröder Berge. Von der Höhe ist das Wipperteil gut zu überblicken. Der Bergsporn wurde mit einem bogenförmigen Wall und Graben nach Westen gesichert. Der Abschnittswall der frühgeschichtlichen Anlage ist gut erhalten. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort als Bleicheröde im Jahr 1130. 1303 erwarb Heinrich der Vierte von Hohenstein den Ort und verlieh 1322 begrenzte Marktrechte. Bereits vier Jahre später wurde die Siedlung erstmals als Stadt erwähnt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Bleicherode durch Truppen des Grafen von Pappenheim geplündert und in Brand gesteckt. In der Not behalfen sich die Bleicheröder mit der Zucht von Weinbergschnecken, die nach Leipzig gebracht und von dort exportiert wurden. Dieser Umstand brachte den Einwohnern den Ortsnecknamen Schneckenhengste ein, da angeblich ein besonders gieriger Kaufmann ein zweites Mal nach Leipzig wollte, aber unterwegs die Schnecken aus dem Winterschlaf aufgewacht waren und so die ganze Wagenladung Schnecken verloren ging. 1648 wurde Bleicherode brandenburgisch und 1699 direkt dem preußischen König unterstellt. Preußenkönig Friedrich II. besuchte 1754 die Stadt. Am 18. April 1822 wurde in Bleicherode August Peter Mann geboren. Sein Geburtshaus mit einer Gedenktafel steht in der Neue Straße 3 und befindet sich gegenüber dem Rathaus. Er war einer der bedeutendsten Geografen und Kartografen seiner Zeit. Nachdem 1888 im Raum Bleicherode Kalilager nachgewiesen worden waren, begann man 1899 mit der Förderung von Kalisalzen. Die Kalie-Industrie prägte die Stadt bis 1990, als infolge des politischen und wirtschaftlichen Umschwungs die Kalieförderung größtenteils eingestellt wurde. Auf einem kleinen Rest wird noch Versatzbergbau betrieben. Die ehemalige Rückstandshalde wird in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen mittelfristig begrünt. Dazu wird in terrassenförmigen Stufenbau und Erdaushub aufgetragen. Von 1911 bis zum Zweiten Weltkrieg war die Stadt ein staatlich anerkannter Luftkurort. Am 9. November 1938 wurde die Synagoge in Brand gesteckt und brannte aus. Im Zuge der Novemberpogrome 1938 verlor die Stadt ihre große jüdische Gemeinde. An der Stelle der abgerissenen Synagoge erinnert seit 1986 ein Gedenkstein an sie. Ein jüdischer Friedhof am Vogelberg befindet sich außerhalb des Stadtgebietes und ist nicht öffentlich zugänglich. Im Jahre 1944 wurde auf Befehl des zuständigen SS-Gruppenführers Hans Kammler die Raketenforschung und Produktion der V-2-Rakete von Penemünde nach Bleicherode verlegt. In Bleicherode konnten die Anlagen in den Stollen untergebracht, versteckt und so vor Luftangriffen geschützt werden. Bis 1945 wurden 5000 Raketen des Typs V-2 hergestellt und zwar mit Hilfe vieler Zwangsarbeiter, die in einem eigens dafür eingerichteten KZ Dora Mittelbau in Nordhausen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Andere Kriegsgefangene aus dem Vereinigten Königreich und Frankreich sowie 350 Frauen und Männer vorwiegend aus der Sowjetunion mussten in Bleicheröder Unternehmen Zwangsarbeit leisten. In den technischen Werkstätten Lange und Weinhold im Kaliwerk in der Schachtanlage von Welsen in der Baumwollweberei Werner Vogel K.G. In der Weberei Gelbke und Klein bei den Firmen Kuhlemann und Tölle. Im heutigen Kulturhaus war ein Außenkommando von Dora Mittelbau mit Militärinternierten aus Italien untergebracht, das beim Hoch- und Tiefbauunternehmen Ull und Vertrot eingesetzt war. Im Februar 1945 wurde weiterhin ein Betrieb der Deutschen Telefonwerke und Kabelindustrie AG nach Bleicheröde verlegt, der mit seinem fachlichen Profil die Raketensteuerungen ergänzte. Während des Krieges wurde nämlich im Jahre 1943 eine kriegswichtige Abteilung der DTW von Berlin nach Sagan in Niederschlesien verlagert und dort von Heinrich Wilhelmi zu einem Betrieb für analoge elektronische Steuer- und Regelgeräte der Luftfahrt mit 500 Beschäftigen ausgebaut und geleitet. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die wegen zweier Reserve-Lazarette-freie Stadt Bleicheröde kampflos von US-amerikanischen Streitkräften besetzt. Während dieser Besatzungszeit von zwei Monaten nahmen sie zahlreiche Unterlagen sowie Fachleute für Raketentechnik mit, die über Zwischenstationen nach Huntsville in Alabama gebracht wurden. Anfang Juli 1945 wurden die US-Amerikaner dann gemäß Potsdamer Abkommen von der Roten Armee abgelöst. Sofort kam der studierte Flugzeugbauer und spätere Vater der sowjetischen Raketentechnik Sergej Pavlovich Koroljo als fachlich verantwortlicher Offizier in die Zentralwerke nach Bleicheröde. Die Raketenproduktion wurde unmittelbar hier vor Ort wieder aufgenommen und die V-2-Raketen als Versuchsmuster in die Sowjetunion geschafft. Heinrich Wilhelmi und seine früheren Mitarbeiter der DTV wurden in diese Produktion mit einbezogen, mit Plänen deutscher Konstruktionen und mit deutschen Raketenkonstrukteuren sowie weiteren sogenannten Spezialisten wie Grötrup, Albring, Wilhelmi U.A. kehrte Koroljo am 22. Oktober 1946 mit einem ganzen Eisenbahnzug in die Sowjetunion zurück. Neben anderen arbeiteten in dieser Zeit der Assistent Werner von Brauns, Helmut Grötrup, und der Aerodynamiker Werner Albring unter der Leitung Koroljovs auf der Insel Gorodumlia im Seligasee an der Entwicklung der Raketentechnik. Anders als die Amerikaner, die deutsche Wissenschaftler mit ihrer Operation Ofercast in die USA brachten und bereits ab 1946 mit der Operation Paperclip, Auch Operation Ofercast für die Einbürgerung und den Verbleib dieser Wissenschaftler in den USA sorgten, schöpfte Koroljo nur deren Wissen ab und nutzte es bei den entscheidenden Schritten für die sowjetische Raumfahrt. Erst zwischen 1951 und 1956 durften die sogenannten Spezialisten in ihre Heimat zurückkehren. Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands war die Stadt Teil der sowjetischen Besatzungszone und ab 1949 der DDR. 1997 wurde der Ort in die Deutsche Fachwerkstraße aufgenommen. Im Jahre 2005 beging Bleicherode sein 875-jähriges Stadtjubiläum. Höhepunkt war ein Festumzug der Vereine aus Bleicherode. Im Jahre 2011 wurde als Wahrzeichen der Stadt ihr Bleicherröder-Schneckenhengst-Ritter eingeweiht, historisches Symbol für Mut, Kraft und Unabhängigkeit. Diese 3,20 Meter hohe Figur aus Eichenholz wurde vom Bildhauer Kai Hartmann dem Stadtwappen nachgebildet und an der Rathausmauer, Ecke Hauptstraße aufgestellt. Am 22. Januar 1994 wurde ihr Lände eingemeindet. Am 1. Dezember 2007 wurde Obergebra eingemeindet. Für Obergebra war Bleicherode bereits zuvor die erfüllende Gemeinde. Entwicklung der Einwohnerzahl Datenquelle Ab 1994 Thüringer Landesamt für Statistik Werte vom 31 Politik Der Stadtrat in Bleicherode besteht aus 21 Personen. Neben dem Bürgermeister setzt er sich seit der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 wie folgt zusammen. Partnerstädte Deutschland Niederzieher, Frankreich Vjölkonde, Polen Onneta, Bulgarien Streltscha, Litauen Kretinga, Beschreibung, Wirtschaft und Infrastruktur. Mit Erschöpfung der Hartsalzvorkommen und unter dem Druck der großen internationalen Konkurrenz wurde der Kaliabbau im untertägigen Bergbau eingestellt. Die Firma DEUSA International GmbH fördert jetzt Sohle aus Untertage und stellt daraus verschiedene Produkte aus Kaliumchlorid, Natriumchlorid und Magnesiumchlorid her. Neben der Firma Deuser haben sich jetzt mehrere mittelständische Firmen niedergelassen. Die große Rückstandshalde zeigt aber weiterhin, dass hier über Jahrzehnte Kalibergbau betrieben worden war. Verkehrsanbindung der Bahnhof Bleicherode Ost liegt an der Bahnstrecke Halle Hann, München. Hier halten sowohl die Regionalexpresse wie auch die Regionalbahnen. Diese Leistungen werden seit dem 13. Dezember 2015 durch die Abilio Rail Mitteldeutschland erbracht. Die ehemalige Bahnstrecke Bleicherode Herzberg über Bleicherode Stadt nach Großbodungen wird seit 2001 nicht mehr bedient. Bleicherode liegt ca. 3 km von der Bundesstraße 80 und ca. 1 km von der Bundesautobahn 38 entfernt. Die Stadt hat einen eigenen Autobahnzubringer. Die Heliosklinik Bleicherode ist ein Fachkrankenhaus für Orthopädie mit vier Zentren. Gelenkzentrum, Wirbelsäulenzentrum, Zentrum Traumatologie und Zentrum für Osteologie, Rheumaorthopädie und Schmerztherapie. In Bleicherode gibt es einen Sprachheilkindergarten Albert Schweitzer, eine Grundschule, ein Gymnasium, eine Förderschule und eine Haupt- und Realschule. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Ein 1968 von der Stadt erworbenes Ackerbürgerhaus in der Hauptstraße wurde zum Heimatmuseum ausgebaut und bietet heute dem Besucher einen vollständigen stadtgeschichtlichen Überblick. Hierbei kann der Museumsverein auf eine sehr umfangreiche Sammlung mit über 20.000 Objekten verweisen. Bauwerke Das historische Rathaus wurde um 1541. erbaut. An die hundertjährige Bergbautradition erinnern im Stadtbild einige sanierte Übertageanlagen. Das sogenannte Waldhaus Japan besitzt einen Repräsentationsraum mit einer französischen Bildtapete aus dem frühen 19. Jahrhundert. Bereits im 15. Jahrhundert entstand die jetzt als evangelische Stadtkirche genutzte St. Marienkirche, die katholische Pfarrkirche Sankt Matthias wurde 1907 erbaut. Die alte Kanzlei war der Sitz des Stadtschultheißen. Dort befand sich von 1792 bis 1890 die Synagoge. Die im Ortsteil Elende gelegene Rosenkirche war im Mittelalter eine bekannte Wallfahrtsstätte. Als Ziel galt zunächst ein Bildstock, dann eine kleine Kapelle, die mit einem als Rosenwunder überlieferten Ereignis berühmt wurde. Reliquienverehrung und Ablassbriefe verhalfen der Kirchgemeinde zu einem gewissen Wohlstand. Bereits 1419 wurde der Ausbau zur Rosenkirche vollzogen. Dort befand sich ein wundertätiges Marienbild. Der jüdische Friedhof am Vogelberg im Süden der Stadt wurde um das Jahr 1660 angelegt. Gedenksteine Gedenkstein aus dem Jahr 1946 zur Erinnerung an die Blutopfer des Faschismus 1933 zu 1945 in der Grünanlage Braustraße Ecke Talstraße. Seit 1993 umgewidmet den Opfern der Kriege und Gewaltherrschaften. Gedenkstein aus dem Jahr 1986 in der Obergebräerstraße zur Erinnerung an die beim Novemberpogrom 1938 zerstörte Synagoge. Gedenktafel aus dem Jahr 1988 an der Marienkirche in der Maxim-Gorki-Straße, auf der die evangelische Kirchgemeinde selbstkritik zum Schweigen von Christen angesichts der Ermordung jüdischer Mitbürger bekundet. Söhne und Töchter der Stadt, Petermann-Denkmal in der Barbarastraße, Merck's Gedenktafel, August Petermann, Geograf und Kartograf-Professor, Marie Bossler, deutsch-österreichische Schauspielerin, Adalbert Merckx, Theologe und Orientalist, Heinrich Stengel, Lehrer und Numismatiker, Hans Beitz, Bankier, Zunis, stellvertretender Leiter und ab 1945 Leiter der Kinder und Jugend Alia in Palästina, bei Castell bei der Verteidigung eines Kindertransports gefallen, Jochen Berg, Schriftsteller, Hans-Günter Böcking, Kameramann und Regisseur.